so eine wunderschöne gute damen und da sind wir wieder und es geht weiter mit wildfire gerade eben gepätscht verladen können müsste das sein die noch trassen und da sind ja los geht's ja funktioniert wunderbar okay gut gut wo mein freund sind zum glück ja tunky monkey und selbst jetzt oh my gosh Ja in diesem sektor eliminiert das war es sehr schön okay das haben wir alles auch unten rein okay müssen wir reden wo man ist hier keiner die bringen können die keine namen oder doch pablo ich bin pablo greck persönlich kann es mir egal hier kommt kann solchen leute nicht gebrauchen ja ich weiß ich weiß kannst du dich ja sagen wir mal tausend dollar ich habe schon mehr zeug als ich zähle hier ist nichts ich habe schon mehr zeug als ich ziehen kann der ist ja nett die muss man mehr geld geben ich weiß noch nicht mehr wie viel okay eine drahtschere dimitri technik 64 8 24 32 32 28 64 sie sind könnten wir ihm die geben einmal nachladen gut jetzt als erstes einmal gucken guck mal aber ist doktor el monco ist patient der patient des beiges training und milizkümmer ich bin auch patient natürlich und dimitri technik so technik okay stopp Vielen Dank. Okay, da ist der... Sorry, du musst ganz kurz... Aira, du musst darüber, Shadow und ihr beiden... Ihr beiden sofort... da rein... Okay, Monk und Lynx sind da... Okay... Weil, ich habe keine Lust auf Überraschungen... So, neue Mehl... Was haben wir neu gekriegt? Speck! So, bei Merck... Da können wir noch nicht einkaufen... Hallo? Hallo? Funktioniert das... So... 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 Ach, okay... Oh, hier... Jetzt können wir bestellen... Cool... Bobby Ray... Biparetta und bestattung noch aufmachen so sehr gut okay ich werde dann so weit okay abbruch gut da kommen wird jetzt langsam gesund ich lerne schnell ich bin soweit bin fertig hier ich brauche was zu tun wir wissen dass sie hier sind wir müssen sie nur finden so gleich nächsten einnehmen ab zum sektor geht's ja noch einmal nachladen drei drei jah upa la im Und down ist er. Was pflegte Dirty Harry in solchen Fällen zu sagen? Keine Ahnung. Ciao mit V. Tschö mit Ö. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So. Das war Würschchen Nr. Ulo. Hehehe. Ich sie sehen. Oh. Ja. 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 So, Spider war unten, da ist der gute Shadow. So, sollen sie mal kommen? Ja. Okay. Ich habe was merkwürdiges gehört, noch mehr unerwünschte. Was komisches gesehen? Ich glaube, du hast eher etwas komisches. Hey, cool. Was komisches? Alles gleich, verstehe. Hey, cool. Okay, Shadow. Gut. Okay, Shadow liegt jetzt da. Hallöchen. Ups. War knapp. Auf jeden Fall. Feinde Insektor. Oh, oh. Drei Stunden. Oh, ich glaube, dann nehmen wir eine schöne Handgranate. Ich habe da mal eine Handgranate. Und ich möchte sie mal benutzen. Gut. Daneben Oh, den haben wir auch noch verwundet, nice ausgeschaltet ausgeschaltet Daneben Oh 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 Okay, er hat nur einen Mount getroffen Was pflegte Dirty Harry, in solchen Fällen zu sagen? Was weiß ich denn? Oh Shit Hallöchen Oh Mist Wir müssen mal Oh 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 Nice Er hat Munk getroffen Alles gleich Ich verstehe Und sogar ziemlich schwer. Okay, dem geht es schlecht. Alles gut, lieber in die andere Richtung. Oh, ich hab hier einen kleinen Kratzer. Muss genäht werden. Muss verarztet werden. Ja, ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon. Da liegt was. No! Noch mehr Unerwünschte. Oh, shit. Oh. Da war gut auf Lynx geschossen. Alles klar, ich verstehe. Oh, shit. Ich hab's nicht lieb. Ah, shit. Mach's nicht lieb. Ach komm schon, Shadow. Echt jetzt? noch mehr unerwünschte so lange so wird es hier aber knapp w nein ja ernsthaft jetzt was soll ich denn das gerade so ich habe keine granate er auch nicht was denn das okay ich glaube ich komme nicht dicht genug ok dann gucken wir mal ob wir ihn treffen Nö oh mein Gott wir schießen ja wieder Mann sind wir gut Das hat knapp Ja Ja P90 Ja Oh nice Na komm schon Jetzt weiß ich warum die gute frau eine rauchgandert hat Aber wo auch in der 14 punkte Ja 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 verstehe die hoefte maar nog weet je ja du hast nicht warum weil ich das will okay hey cool spider muss ihm kurz helfen mein freund hier ich helfe mal links denken sie dran dass wir nicht alle erwischt haben der kann doch nicht einfach scheiße sagen hier morgen geht es wieder besser eben dass wir erstmal im hintergrund und wir haben gesellschaft dann habe ich ja quasi die ja scheiße ja es ist ein oder zwei ok der hat mich noch nicht gesehen ok also wenn er mich noch nicht gesehen hat so ein hoch scheiße wie viel glück kann ich denn haben ok ja das war ja ich weiß nicht noch fein im gebiet alles gut alles cool so ja diese b90 wie viel glück hat sie haben der gegner sagt einfach alles komm echt jetzt ich geh am stock ja scheiße komm 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 im was legte die harry in solchen fällen zu sagen in diesem sektor eliminiert alles klar ich weiß jetzt warum oh mein gar nicht um nach warum denn man muss shadow drauf gehen du schießt ja gut ich bin ich bin ach du bist es aber man hier wollen die kneipe ich bin dorin harris die leiter ich bin dorin ich bin dorin okay ich würde ihnen ja helfen aber ich kann okay ich würde ihnen ja helfen aber ich kann ach die will sich nicht bewegen wird das ist natürlich hier ist nichts ich glaube die bedurfte nämlich nicht kennen die frau so als erstes müssen wir ja den sönden entfernen so 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 und kasten 5000 dollar und 6000 wir haben hier nur patienten soll daten sein hier so 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 einmal alle nachladen würde ich sagen wird das jeden verdammt kurzer kampf so 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 Okay, Zeit für einen Spaziergang im Tal des Todes. Noch mehr Unerwünschte. Gut, der hat mich gesehen. Alles klar, ich verstehe. Oh. Sie ist bitte daneben. Alles klar, ich verstehe. Oh, wir bräuchten Waffen, die weiter schießen. Gut, der stirbt. Sehr schön. So, die können da rum. Mal sehen, was wir hier noch machen können. Ja, hallo? Ja, hallo? Hallo! Ja, hallo. Oh, der sollte jetzt langsam... Hallo. Oh, dahin raffen. Alles klar, ich verstehe. Oh, komm. Oh, komm. Gehirn. Okay. Ich frage mich, wie viele Leben ich jetzt wohl noch habe. Gleich hat er einen Zivilisten abgeknallt, der Gute. Was pflegte Dirty Harry in solchen Fällen zu sagen? Noch mehr Unerwünschte. Okay, komm, hier kommen wir hier rein. Das Leben wird nie langweilig. Nein, definitiv nicht. Ja, hallo? Okay. Monkey-Tonky ist da hinten. Daneben? Ja. Das ist zu weit weg, mein Freund. Okay, ich kann ihn nicht sehen. Ah, wie mache ich das jetzt am besten, ne? Ich bleibe jetzt nur zwei Möglichkeiten. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Hallöchen. Oh, sehr gut. Ja. Ich verstehe. 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 0 0 alles gleich verstehe ok jetzt sehe ich ihn ober cool ich bin eben besser als der durchschnitt söldner ok gut 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 alles gleich verstehe ok wo war das musste ich habe damals gehört ja waren sicher noch nicht alle von der jonas männern das waren garantiert noch nicht alle das wäre voll einfach gewesen da kommt ärger noch mehr unerwünschte oben auf dem dach wieder alles gleich verstehe okay das war knapp ja von der kirche alles gleich verstehe was pflegte die er in solchen fällen zu sagen ich glaube immer noch lieber du als ich bin ich bin kein solch großer schütze ja sehr gut ich bin kein solch großer schütze ich bin kein solch großer Zahl der hand könnt ihr mal bitte alle daneben schießen hey cool boah ernsthaft ja hallo lauf in die richtung wir sind auf nicht alle soldaten dort ich habe hier einen kleinen kratzer muss genäht werden du kannst dich selber verarzt nehmen und freund was ist das ist Zeit für einen Spaziergang im Tal des Todes. Oh, okay. Oh, knapp, 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 knapp. Ja. Ja, hallo? Ja, hallo? No. No. ich wollte hinterher einmal warten schicken sie daran dass wir nicht alle erwischt haben Okay, Zeit für einen Spaziergang im Tal des Todes. 22, da kann ich ja echt noch froh sein. Alles klar, ich verstehe. Oh, ernsthaft jetzt? Noch mehr Unerwünschte. Alles klar, ich verstehe. Ich sehe etwas. Obercool. Hm, was'n das? Okay. Ja? Ja? Alles klar, ich verstehe. Gut, müssen da drin sein. Oh, Verzeihung. Ich tropf hier alles voll. Alter. Boah. Ganz ernsthaft da? So, da. Okay, Zeit für einen Spaziergang im Tal des Todes. Okay, da vorne liegt er. Sehr schön. Na, mal gucken. Na, wie wäre es mit ein bisschen Rauch, mein Freund? Na, komm, ruhig. Da. Da. Ich glaube nicht, dass wir bereits alle von Ihnen aufgespürt haben. Ich sehe etwas. Da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wo's hin? Oh, 54? What? Ja, hallo? Oh, 54? Oh, 54? Oh, 54? Oh, 54? Oh, 54? Oh, 54? Alles gleich, verstehe. Oh, 54? Oh, 54? Oh, 54? Oh, 54? Oh, 54? Ja, oh, 54? Oh, 54? Oh, 54? Oh, 54? Oh, 54? Oh, 54? ja morgens ein bisschen fertig aus gar die scheiße der acht trefferpunkt ist nix auf wiedersehen immer noch irgendwo einer ich glaube nicht dass wir bereits alle von ihnen aufgespürt haben es war übernöblich übernöblich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh man, wir haben nicht gespeichert, ich gehe kaputt. Oh, alles von vorne. Okay, jetzt war nur noch einer. Alles klar, ich verstehe. Oh! Das war Präzision. Nehmt dies. Jetzt sind sie alle erledigt. Okay. So, Ira macht hier jetzt mal... Okay. Äh, warte mal. Mm. Mm. Yeah. Okay. Mm. Mm. Mhm. Mm. Mm. Gut. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal, 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 guck mal. Guck mal, guck mal. Okay, also, unser Problem ist quasi, wir haben nur noch fünf schleppige Tage. Ja, und in den fünf Tagen... Ja, da müssen wir quasi alles durchgegangen sein. Da müssen wir hier unten sein, damit wir die Mine angenommen haben. Ja, aber da müssen meine Leute für fit sein. Okay, so viel dazu. Sonst noch was? Was soll ich als nächstes angehen? Bin bereit. Okay, Monkey ist... Ich wäre dann soweit. Ich wäre dann soweit. Was hat Shadow? Oh, Shadow Profi da. Immer der gute Shadow, ne? Ja. Oh, halt vor dir, man. Du kannst mal... alle bekomme frau spider ring her aus bei galino geben wir auch mal ein was soll ich als nächstes angehen ich bin soweit bin fertig hier ich brauche was zu tun so aber ich höre auf ich sag dankeschön und euch hoffe ganz gefallen wird sich feiner könnte gerne von und anlassen würde mich auf jeden fall freuen ich sag gute nachtle und schönes wochenende erstmal doch morgens freitag ist also ich wünsche fast erst mal schon Bis zum nächsten Mal.